und ich habe sie noch mehr dabei sie fahren in unsere richtung ja ich gehe auf die straße stehen bleiben oder wir schießen stehen bleiben schießen lol egal das hat ja richtig wenig gebracht ja wollte ich auch gerade sagen warum überfahren sie dich und nach jedem schuss leckt einfach ich bin jetzt mal den typ da vorne in dem gelände wagen vor ist geschlagen da ist ja gar keiner drin den bleiben und war verholstern wie schlägt man nochmal ein schiff gehen stehen bleiben oder ich erschieße dich ja gut so Untertitelung des ZDF, 2020